Hallihallo und willkommen zum neunten Türchen des Lego Harry Potter Adventskalenders und da können wir es dann direkt auch öffnen. Ach guck an, wieder so eine Flagge. Nur diesmal zu dem, was ich mir wünsche, nämlich Slytherin, wenn ich es rauskriege. Ja, supi, Slytherin. Hauen wir das schöne Ding mal auf. So, nun haben wir auch das jetzt. So, finde ich das eigentlich ganz nett, wenn man sich das vorstellt, von allen Häusern so. Einfach mal so eine Dekoration. Wie schon gesagt, mir fehlt da irgendwie so, dass man irgendwie hier oben oder unten an diesen Fähnchen irgendwie Schnee tut, damit man auch wirklich bemerkt, dass es für den Winter, weil so kann man die halt, keine Ahnung, für immer benutzen. Das ist egal, ob Sommer, was weiß ich, was Herbst, Frühling, Winter ist es vielleicht allgemein ganz gut, aber ich finde für Weihnachtskalender ist es dann, ja, doch wäre besser, wenn das Schnee hätte. Und das weihnachtlicher aussehen würde, ne. Aber trotzdem so doch ganz nett im Vergleich zu Figuren, die sich einfach doppeln. Aber das ist jetzt heute im neunten Türchen drin gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, in welchem Haus ihr seid, wenn ihr das noch nicht geschrieben habt. Und das würde mich mal interessieren, ich bin gebühren nach Slytherin. Und lustigerweise, sehr viele Leute, die ich kenne, sind Slytherin. Und ja, es würde mich mal echt interessieren, in welchen Häusern ihr jeweils alle seid. Ja, das soweit mit diesem Türchen heute. Bis morgen. Ciao.